ich möchte dass du weißt dass du richtig bist auch mit all den schwierigen gefühlen und du bist auch ein schöner und wertvoller mensch auch mit den namen auf körper und seele ich wünsche dir zugleich den mut fachliche hilfe anzunehmen vielleicht bist du schon in therapie und die hilft dir gerade gar nicht dann guck ob du den therapeuten oder die therapeutin wechseln kannst so dass du jemanden finden dass bei dem du dich wirklich wohl und aufgehoben fühlst und zugleich wünsche ich dir den mut nicht weiter mit den skills auseinanderzusetzen diese ausprobieren um eben das zu finden was dir zu sagt und auch wenn du denkst du hast bringt eh nichts und ich schaffe das nicht dann dann überlege mal ob das wirklich du bist ja oder die das gerade denkt oder ob das die erkrankung ist wieder das zuflüstert ich bin mir sicher bzw möchte daran glauben dass auch du deinen weg aus der erkrankung raus findest und dafür einen weg zu dir und in deinem leben und dafür wünsche ich dir ganz viel kraft ja 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 Vielen Dank.